Ja, lasst fallen, den Reifen. Läuft! Reifenindustrie dankt. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, wie heißt es so schön? Unverhofft kommt oft. Ich hatte am Wochenende ein paar kleine Retouren geplant, aber am Donnerstagabend schrieb mich einer meiner Kollegen von der Hock an, ob wir am Freitag, Samstag, Sonntag in Willingen sind. Da sind die Bike Days. Da war ich noch nicht gewesen und ich habe gesagt, dies Jahr wird mein Eventjahr und kurzzeitig von einer Frau entschieden, wir buchen schnell ein Hotel, fahren nach Willingen runter und gucken mal, was die Bike Days dort machen. Bike Days, ja, sind die ehemaligen Bike Weeks in Willingen. Dort gab es irgendwie Probleme mit dem Veranstalter, wurde kurzerhand getauscht und heißt halt Bike Days. Jetzt fahren wir da mal runter. Wetter sieht nicht so geil aus heute, aber es ist Wurst. Die Karre ist gepackt und ich nehme euch nachher ein bisschen mit auf der Fahrt, zumindest auf dem Gelände. Fahrt selber wird wahrscheinlich sehr windig werden heute, machen wir nicht. Aber ich freue mich drauf. Mach's gut, bis dann. Landschaftlich natürlich der Knaller hier, ne? So Leute, noch 26 Kilometer zu fahren. Fahrt war ganz schön windig, der Himmel ganz schön grau, aber hier im Sauerland sieht es besser aus. Ich habe hier aber Fahrt mal nicht mitgenommen. Jetzt geht es kurz ein Pfeifchen und ein Käffchen und dann geht es gleich weiter. Genau. Mal gucken, was da los ist. Bin gespannt. Bis später. So, dann gehen wir mal auf die letzten 26 Kilometer zu. Mit Basti und Katharina noch geschrieben. Wir sind schon da. Wir sind heute Morgen schon früher gefahren mit den Bielefelder Jungs zusammen. Mit denen treffen wir uns dann da. Ja, aber schon geil. Wenn das Wetter hier ein bisschen schöner, ein bisschen wärmer wäre. Ach herrje, das ist wieder Schilderwelt. Ja, das sieht jetzt trotzdem geil aus. Schau, wie schön. Oh, da ein Wetter. Ja. Oh ja, sehr schön. Schau, wie schön die Häuser da so drin ausgehen. Ja, wirklich cool. Zwei Stunden von Hannover entfernt und denkst du bist ganz woanders. Nach da unten. Bindinger. Volker war heute schon, sind wir hartlich unterwegs, hat tolle Bilder eingefangen, immer die Kamera dabei und wird natürlich auch uns und euch hier in Willingen und dann dementsprechend das Ganze. Junge, Junge, hier war's los. My. Fertig. Bindinger. Fertig. Das war so schön, ne? Das war jetzt so schön Ihnen heißen, oder? Nein, das ein weather's nicht... Was haben wir? so liebe leute sind wir mal kurz auf dem festivalgelände Willingen weg vom Sauerlandstern haben wir unser Hotelzimmer bezogen sensationell für eine nacht mega geil mitten in der Pampa erstmal einen schnellen Kaffee kurz frisch machen und hier geht es wieder los auf die Mopeds Grundidee war von ein paar Jungs ein paar Leuten von uns dass wir mit dem Taxi zurückfahren zum Festplatz da habe ich keinen Bock drauf ich fahre mit dem Moped ich wäre zum Moped fahren her gekommen aber bis jetzt ganz gelungenes Event mal gucken was heute Abend geht da bin ich mal gespannt schöne Bikes gesehen und die Frau können schöne Sachen kaufen auch wichtig ach die haben nur die Sonnenkennzeichen da ja 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 Ja, ich kann den Fangen mal kurz mal sehen, dass das irgendwas gekümmt wird. Ein bisschen oder was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 alle ist voll ja 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 macht ja nichts Willingen ist in Harleyhand würde ich sagen Hölle 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 Geht das hier mal weiter Oh Oh Aaaaah Wo ist ein Ballabohle wieder? Aha Aha Das ist einfach cool. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror, we're in the end So, let's go ahead and drive up Now let's go ahead and move on Let's move on I'll have to get some water Let's go ahead and take that I'll have to get some water Thank you Den mit dem Fender klack, mitgenommen. Das ist so funny. Jetzt sind wir stehen. Wir fahren auf und jetzt rein. Wir fahren auf und jetzt gehen wir. Wir fahren auf und jetzt fahren die Anlage für alle Tülle und alle. Die-Wann-Wand. Ich hätte gerne ein Hobo-Buspiel gemacht, wie jeder, aber nicht, ich habe keine Besorger von dem Golf. So, was geht denn hier los? Darf ich Ihre Taschen bitte mal kontrollieren? Nein! Nicht ausziehen, nicht wieder ausziehen, Buki nein! Oh, der zieht sich immer aus, egal wo er ist. Was er gerne. Was schreibst du, oder? Ja, Wahnsinn, hier wird Geld umgesetzt. Der hat ihn gerade rausgeholt. Der hat ihn gerade rausgeholt. Ja, wirklich. Keine Sitzheizung. Im Mülleimer oben dran? Nee. Ist ja schon fast so wie meint. Ein Becherhalter. Nichts zu ziehen. Weißt du, die Wehrmacht ist auch da. Das ist keine BMPs. Das ist keine BMPs. Uval. Natürlich, das ist eine BMPs. Das ist auch eine, die ich damals hatte. Guck mal, der hat hier. Das sind die Blinker, ne? Und früher waren, hier unten noch, sind so Schalter, da kannst du dir Gas einstellen. Weil er zwei Vergaser hat. Okay. Guck mal, die Dettel. Ja. Na ja, das ist ein Schnellschuss. Guck mal, was er dafür haben will. Guck mal, das Ding. Ja. Da fand ich den Nightlider ja viel besser. Ich sag mal seit Wochen. Den Nightlider? Weißt du, warum sind es Nightlider? Und hier vorne? Lichtschreiben rein. fancy. Heeeey! Na! Sup'nach! So. Du bist Pجl. Ja. Du bist trocken und trocken und trocken. Dahin? Ach du auf. Ach du auf. Na schau mal. Tja! Guck mal, ich sag mal! Tja! Da bin ich hier? Oah! Fck mal, was warum? Tja! Da bin ich hier? Alle irre hier. Ja, machen sie schon ein paar. Ja, genau. Burnout. Ja, lasst freien, den Reifen. Läuft. Reifenindustrie dankt. Der macht nix. Aaaa. No! So, sound. Da, go! I don't want the change. About me. Yeah. One, two! I don't know. I don't know. I don't know. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Viel zu leise! Ich weiß nicht! Hey! Wow! Worm CD! Ja! 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 Natürlich! Alles, was man braucht! Alles, was man braucht! Alles, was man braucht! Wir sind los! 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 guten morgen zu tag 2 gut geschlafen h-hotel hier in willingen war gut übernachtung war gut war kostengünstig jetzt geht es runter zum frühstück und dann fahren wir zurück zum platz die machen halb elf auf dass wir da rein können noch ein bisschen rum bummeln noch ein paar ideen für umbauten und customs angucken und noch mal ein bisschen ja rein schnuppern das ganze ja ansonsten das wetter ihr seht es wird werden ersten hd hört man schon da ist was unterwegs ja jetzt gleich frühstück und dann geht es wieder los fahren wir runter jetzt irgendwann nach hause und dann verarbeite ich mir das was ich alles gesehen habe ich habe noch so viel idee mit meinem trike was ich da oben basteln kann man sieht einfach nur zu wenige es sind ganz ganz wenige trikes am start aber das wird sich auch noch in den nächsten ändern denke ich mal also bis später so jetzt machen wir uns mal fertig und dann geht das noch mal zum platz dann machen wir noch mal so zwei stunden oder so fahren wir nach hause habe ich doch doch vergessen die lady aufs mikrofon zu packen und dann geht das noch mal so ein lenkrad schlossen und dann geht das noch weiter und dann geht das noch weiter und dann geht das noch weiter So, machen wir sich wieder alle auf den Weg jetzt. Wir sehen gut, dass man die ganzen Motten noch anders, die machen eine Ausfahrt, ich bin da gewesen, werden eine Ausfahrt machen. Alles voller Mopeds hier. Da sind wahrscheinlich viele, die heute zum Festplatz fahren und einfach mal gucken wollen. Ja, wir fahren auf Tour. Da sind vielleicht seit Donnerstag schon da oder Freitag oder sowas. Wir haben noch eine Anreise rund 400 Kilometer. Ja. Ja. Ist egal. Da rein. Wir wollen hinten rum. Naja, hier ist ja Kuhort, hier ist ja Partyort und die wissen, dass die Harley Days sind. Oh. Oh. Hahaha. Stopp mal. Hahaha. Sie haben noch so einen langen Bart wachsen. Genau. Oh, da ist noch ein Trike. Das sieht normal aus. Guck, das sieht normal aus. Oh. 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 Fahrradfahrer, ne? Ist denen scheißegal, ob du auf der Vorfahrtsstraße bist oder nicht. Morgen! Man sieht, das Gelände ist voll. Es ist wirklich gut besucht. Natürlich nicht so wie Hamburg, Harley Days, keine Frage. Aber es ist auch eine ganz andere Veranstaltung, ne? Hier draußen auf dem Lande. Ein bisschen anders. Was? Die neue Word sind in diesem Land. Ich bin jetzt auf der Vorfahrt. Ich bin jetzt auf dem Lande. Ich bin jetzt auf dem Lande. Ich bin jetzt auf dem Lande. Ich glaube, wir haben eine gute Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und dass wir es so schnell noch auf die Beine gebracht haben, dass was stattfindet, ist ja schon ein Knaller Dafür war es gut, gute Bands, schöne Fahrzeuge, schöne Läden zum Einkaufen, Gastronomie, alles top Preise, okay, Preise waren ein bisschen happig teilweise, aber es muss ja irgendwie bezahlt werden, auch keine Frage Deswegen will ich mich da mal nicht beschweren, aber wenn man hinfährt, sollte man auf jeden Fall schon mal einen Euro einpacken Weil ganz so günstig ist es da nicht, wenn man eine Cola für 5 Euro, ja, ist schon ein Brett Aber sonst, wir waren da gewesen, schön, das haben wir Billingen auch mal gesehen, meiner Frau hat es aufgefallen Ein bisschen shoppen konnte man auch für Herz und Seele Und mal gucken, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen größer aufgezogen werden, weil wir einfach mehr Zeit zum Planen haben Aber ich bin zufrieden, Fahrt hier hat sich gelohnt, landschaftlich sowieso cool, Wetter war auch gut Gestern Abend um 22 Uhr ist es ja schon ein bisschen kühl Da sind wir halt so 22, 30 abgehauen Ja, jetzt haben wir 16, 17 Grad Fahren nach Hause über Land Und ich habe so einen kleinen Tross von 5, 6 Fahrzeugen hinter mir Und dann gucken wir mal Also ich nehme mich auf die Fahrt jetzt nicht großartig mit Weil ja, Landstraße fahren oder ein Teil Schnellstraße fahren ist nicht so interessant Aber ich hoffe, das Video wird euch gefallen haben Und äh, ihr lasst ein Däumchen einfach mal da Haut auf die Glocke Damit ihr keine Videos mehr verpasst So, ich muss mich auf das Fahren konzentrieren Ich habe gerade schon einen Knopf in die Seite gekriegt Also, lasst euch gut gehen, bleibt gesund Haut rein, euer Kai Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal